Eure Majestät darf ich Ihnen den größten Detektiv aller Zeiten vorstellen, Sherlock Holmes und Dr. John Watson. Ich liebe Sie. Watson? Was für ein Schuss, oder? Sie ist der Hammer in Person. Ein Mord in Buckingham Palace. Lösen Sie diesen Fall in vier Tagen oder ich töte die Königin. Unterschrieben Professor James Moriarty. Wir müssen einen Mörder fangen. Seht, wer wieder mitspielt. Das Königreich verlässt sich auf Sie. Eure Majestät. Dürfen wir ein Foto zusammen machen? Wer macht denn das Foto? Das mache ich. Im Grunde genommen ist es eine Selbstfotografie. Hey, girl! Hey, girl! George Homero Mispräts Dürfen